Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück bei Terraria. Wieder natürlich mit Tami. Hallöchen. Mit dem Fabio. Schreibt euch. Mit mir den Max und als heutigen Special Guest darf ich begrüßen Stevie Boy. Servus Leute, ich bin alle. Alle klatschen, so gut. Ja, ich weiß, alle lieben mich. Genau, so, ich habe soeben die Welt gehostet. Ihr braucht kein Passwort, um draufzukommen und wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal weitergemacht haben. Der Steve ist heute als, sag ich mal, so, ja, als Kanonenfutter mit dabei. Dafür uns im Untergrund sterben, während wir uns die geilen Items collecten. Nee, Spaß. Sehr schön. Ja, wie gesagt, also der Steve kriegt irgendwie eine billige Kupferausrüstung und billige Kupfersachen und dann passt sich die Sache. Wir joinen alle der grünen Partei, bitte. Die anderen Farben erkennt man also schlecht. Jawohl, Tami mit der preußischen Pickelhaube. Stevie Boy ist... Jawohl. Jawohl. Ah, und Stevie Boy macht gleich Werbung für seinen neuen Kanal. So, ja, ähm, möchtest du eine Ausrüstung haben oder möchtest du ohne rumlaufen? Ja, ich quäle mich einfach ab und, ja. Ja, okay, ist ja deine Entscheidung. Fabio, bist du auch schon da eigentlich? Ja, Max, bloß kurz stehen, bist du das vor mir? Ja, ja. Gut, dann kann ich dir das da geben, das da geben, das da geben. Wow, 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 jetzt geht's aber auch. Und der Rest behalte ich. So, wir haben übrigens schon eine Uhr, Steve, wie du siehst. Ah, okay. So, wo war, wo sollten wir denn, wollten wir das eigentlich nochmal hintun hier? So. Ah, wir haben schon, oh, wir haben sehr viel Gold. Demonite Bar, sag du Heiliger, was wir alles haben. Was war das jetzt? Ich hatte ein Life-Crystal im Ding. Jetzt dachte ich, jetzt fress ich das Teil. Wie viel HP hast du jetzt schon? Jetzt habe ich 200. Ja, super, und ich habe 160. Ich habe 180. Wir können jetzt eh vergessen zu sammeln, wir müssen ja für Steam sammeln. Äh, für Steam sammeln. Für Steam, ja. Für Steam, genau. Ich bin scheiße, Quill. Nein, der Steve ist ja nur Gast, er kriegt nichts. Aber ich expandiere jetzt nach Osten. Nee, Leute, ähm, was steht mir wirklich leid? Ich habe nur Hunger. Ah, ja. Hey! Du hast nichts gesehen. Doch. Ähm, Leute, was steht, was steht denn heute auf der Agenda? Wir wollten Sand farmen, damit wir hier Fabios Glasstockwerk fertig machen können. Das heißt, wir müssen nach links, weil da war nämlich eine Wüste. Und da gab es auch noch eine Höhle, die wir noch, ähm, erkunden. Wow. Ähm, warte, Steve, du kriegst, du kriegst ein Copper Broad Sword, wenn du nichts dagegen hast. Ja, dann habe ich hier diesen Venus hier nicht mehr. Genau, den kannst du dann, wenn Merchant... Ah, warte kurz. So, Copper Broad Sword. Sharp Copper Broad Sword, warte. Achso, wir haben was vergessen. Du hast zwölf mehr Damage, warte. Wir haben was vergessen. Und, bitteschön. Das ist auch das grüne Team. Ah. Ja, das hast du vergessen, lieber Fabio, weil ich habe es nämlich vorhin erwähnt, dass wir alle ins grüne Teamen sollen. Und du hast es mal wieder nicht gehört. Ich bin der Außenseiter. Du kommst hier nicht rein, du Spast. Ich darf das. Muss ich eigentlich weiter mit meinem Helm umlaufen? Die preußische Pickelhaube muss getragen werden von einem von uns, sonst ist der Sieg nicht unser. Oh, die Wurzel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Hey. Oh, ho, ho. Wie weit ist denn der Schleim da gerade geflogen? Hui. So. Ähm, ja. Apropos, ich habe eine Frage an dich, Steve. Du wohnst ja in Berlin. Was? Echt jetzt? So. Wo wohnst du genau oder ungefähr in Berlin? Hohenschönhausen-Lichtenberg. Das weiß sogar ich. Das weiß sogar Max, mein Paar. Na ja. Ja. Oh, Steve. Hey, warum kann man denn hier bitte schön Bäume pflanzen? Auf Eis. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das ist, aber ich habe gehört. Was heißt gehört? Was zum Teufel ist das hier? Dass in Kreuzberg ein übler Viertel ist und da anscheinend ziemlich viele Türken sind. Aber ich wohne nicht in Kreuzberg, also da werde ich auch nie wohnen. Ich bin gefragt, ich habe gehört, also nicht gegen Türken, aber ich meine, ich habe da gehört, dass da die Schilder sogar auf Türkisch sind. Äh, nein. Anstatt auf Deutsch. Und das soll es... Ja, warte mal, warte mal, jetzt lassen wir mal reden hier, den Meister da, den Berliner da. Äh, in Kreuzberg werden die Türken gerade vertrieben mit Luxuswohnungen. Ja, also... Ja, das stimmt. Da wird aus... Da wird aufgeräumt. Das stimmt, das kriege ich nämlich auch mit, weil jetzt bei mir nämlich massenhaft Leute nach Finanzierungen anfragen in Kreuzberg, weil da jetzt diese Luxuswohnungen kommen. Und die kosten echt nicht wenig, also... Au! Wer ist denn dahinter? Ach, Tami, ja. Guten Abend! Ah! Au! Geil, Daybloom. Au! Super! Wir nehmen alles mit. So, Leute, hinter diesem Hügel verbirgt sich, glaube ich, die Wüste. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt eh aufpassen, weil es ist Nacht. Passt auf den Steve auf, der... Er ist unser Wipp. Er darf nicht... Er darf nicht sterben. Für das Reich. Ein Auge. Wir haben sie zerfetzt, Herr. Ah, ja. Zeigt ihnen keine Gnade. Wir haben ihnen keine... Wir haben ihnen keine Gnade gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Scheiß auf Greenpeace. Ich will ihn bauen. Jawohl. Steve darf natürlich übrigens alles machen. Ausrüstung werden wir ihm dann natürlich auch spenden. So eine Kupfanne noch dann oder so. Ein bisschen. Ja. Ja, aber auch nicht. Ja. Das hat er auch selber vorher. Wir haben ja heute schon ein bisschen geschrieben und er hat auch vorher eben geäußert. Er möchte nicht unbedingt eine Ausrüstung haben. Weil er ist ja eben nur Gast und möchte uns nichts wegnehmen und so. Dann haben wir uns halt darauf geeinigt. Ja gut, den Billig-Scheiß kannst du haben und das Geile kriegen wir. Da kann man einen Helm haben. Der präustische Pickelhaube muss getragen werden. So. Ähm. Ah, stirbt Zombie. Oh, Lucky Shackle. Cool. Hui. Du kack, Auge. Fuck you. Oh, da ist ein Zombie. Ja, ist doch Sand. Ja, ja. Wir kommen da schon, Mensch. Die beiden wollen halt Zombies töten. Lass sie doch, wenn sie wollen. So. Oh, da oben geht's. Weil Steve auch total dafür ausgewüstet ist. Äh, psch. So, Leute. Ich habe Eisen gefunden. Ich habe mir jetzt übrigens mal, ähm, ich habe mich mal jetzt im Terraria-Wiki so ein bisschen schlau gemacht. Zum Thema Tränke-Craften. Äh, Steve, komm mal her zu mir. Ja, ich bin unterwegs. Ah. EHX. Damit du einen mehr Defense hast. Der hat gerade einen Zombie gedroppt. So, während der Fabio hier Sand farmt, halten wir mal die Viecher vom Leib. Achso. Ja, was gibt's? Ja, Steve, du kannst dem Fabio helfen, wenn du möchtest. Oder du kannst, na warte, du kannst Tami helfen, dann helfe ich Fabio. Na gut, machen wir es so. Was gibt's diesmal Spannendes zu berichten? Fabio, du hast ja letztes Mal deine Ausrüstung wieder bekommen, nachdem du gestorben bist, glaube ich, ne? Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Sand, also die Wüste ist jetzt nicht so gefährlich. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir durchqueren die mal und schauen mal, was sich hinter dieser Wüste verbirgt. Danke. Bitte. Was haltet ihr davon, meine lieben Companions? Folge euch, voll mau. Und wie ist dieses Copper-Broad-Sort, Steve? Ganz gut. Das Auge nützten würde. Ich gehe mal zu Tami. Aha, eine Lünse. Jetzt kann ich mir ne Brille craften. Also, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mich im Terraria-Wiki mal ein bisschen über die ganzen Tränke schlau gemacht und habe jetzt, ja, ja, und habe mir jetzt so ein paar Crafting-Rezepte eingeprägt. Ah, der da oben hat sein... Ach ja, genau, der Zombie wird im Terraria-Wiki als Exposed Brain beschrieben. Warum, fragt mich nicht. Ich glaube, die Massen an Sand, die wir jetzt gesammelt haben, die sollten mir reichen, selbst für meine Sandgun-Acham. Ich baue ein Fabio ab, ja! Ups, sorry. Naja, du hast ja je 200 AP, egal, raffgierige Drecksau, du. Ich kann ja schon mal die Wand dahinter abbauen, ne, nicht. Fabio kriegt den ganzen Scheiß-Hand ins Inventar. Das ist gerade relativ effizient, was wir hier machen. Ich baue die hintere ab, Fabio die vordere. Äh, ich glaube, das reicht dann jetzt mal. Wir können dann mal wirklich schauen gehen, was wir... So, passt. Ich glaube, ich ist eigentlich... Oh, Stern, 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 Stern! Hat jemand irgendwie einen Dreck-Glock da hoch können? Ähm. Ah! Oh mein Gott! Wartet, ich schmeiß euch gleich Dreck runter. Ne, Steve hat schon. Und Fabio auch. Ah, da sind überall Sterne. Verpisst euch doch mal ihr Augen, Mann! Juhu! Jawoll! Nice one, fellas! Ah ja, die Kakteen machen jetzt kein Damage mehr. Ja, Gott sei Dank. Boah, geil! Der Stern hat ein Auge zerfetzt. Oh, da ist noch ein Stern. Stirb! Braucht unbedingt mehr Manna! Wir brauchen, glaube ich, alle ein bisschen mehr Manna. Bis auf Steve natürlich. Ah! Ne, ich brauche nichts, ich bin gut. Ja, eben, Steve. Steve ist, äh... Ja, genau. Ja. Steve hat, Steve hat Guard-Mode aktiviert. Deswegen kriegt er auch kein Damage. Ah, so. Hört nur so aus. Steve war slain. Hm? Hm? Ah, dahinter befindet sich ein weiteres Waldbio. Und das ist doch nett. So. Hui! Au! Ja, Fabio, anstatt da nur mit so einem Leuchtstab rumzustehen, könntest du mir auch helfen. Ich beleuchte euch. Ja, du beleuchtest meine After. Oh, Leute, Rückzug, hier ist Corruption. Wobei, sollen wir uns reinwagen? Aber hier ist so... Wirft da mal einen Leuchtstab runter, Fabio. Macht euch mal nützlich. Wartet mal, ich check's mal ab. Geh, komm, folgt mir mal nicht. Wer hat denn eigentlich einen Grappling-Hook? Ich? Dann folge mir. Ah, nee, warte, hier ist eh nichts unten. Hier ist schon zu Ende. Oh, da unten sehe ich eine goldene Kiste. Ha, lass mich hoch, lass mich hoch. Hui, ich komme aus der Dunkle. Aus der Dunkleheit komme ich wieder. Oh, da kommt schon ein Iter. Leute, bereitet euch auf den Kampf vor. Nice! Ah, ich hatte Wartenchamp. Er hatte nur noch fünf. Ach so. Ach so. Äh! Ah, ein Maxi-Fresser. Tötet ihn. Nein, ich habe nicht auf Deutsch gestellt, aber ich weiß, was der Big Eater auf Deutsch heißt. Der Maxi-Fresser. Also bei Nacht ist hier echt viel los. Erinnerst du dich noch, Steve, an unser Let's Play damals? Ja, ich glaube, Steve wird hier nicht rüberkommen. Habt ihr noch ein bisschen was? Ah, okay. Oh, der Wurr! Vorsicht. Ja, ich glaube, für Steve ist das hier einfach noch zu... Oh, das ist doch mal eine Herausforderung. Ja, wow. Viel AP hast du noch. Wenn ich stücke ich eure Welt an mit ein paar Grabsteinen und so. Ja, dann werden wir immer an dich erinnert. Wow, wo ist denn der Tibura jetzt? Hey, kommt schon. Aber weißt du was, Steve? Was du machen könntest, was uns viel bringen würde, wäre, diese Corrupted Bäume hier zu fällen. Aua. Ah, warte, mach ich mal. Ach nee, da fängt es erst an. Okay. Ah, warte, und ich halte dir von hinten die Zombies vom Leib. Ich beschütze den Steve. Ja, toll. Ich sehe das. Toll. Effektiv. Ja, hallo. I'm the man. Ach, komm her, Zombie. So, da, eat my... Äh, äh... Ah, oh mein Gott! Und ich fülle hier und in mein Holz. Juhu! Haha, Max ist Rester eingesperrt. Wow, jetzt hab ich die Holz geklaut. Ich bin voll evil. Wow, bist du gemein. Ja, Mann. Ich mag's, ey. Ich bin ein echter... Ey, Auto, ich bin echt der Gangster. Oh, bei Allah. Lang lebende Krieger des Islam. Gell, liebe Tami, ne? Mit meinen schönen Ägyptern. Einmal Jerusalem eingenommen und schon hab ich ausgesorgt. Für den Rest des Spiels. Ja, lass mich nur mit Ägyptern. Man hat ja meinen Reiteroberungsfeldzug da vernichtet. Die Ägypter sind verdammt stark. Ich sag nur sarazenische Sperr-Miliz. Vorsicht, Leute. Devorah kommt von unten. So heißt es viel zumindest. Ich war mit der Maus drauf. Haha, ich habe ihn getötet. So, die Frage ist... Wiederwärtig, was es da macht. Was macht denn ihr schon wieder? Wir müssen uns hier vorsichtig nach unten... Tasten. Scheiße. Aber ich habe kein Damage bekommen. Mach mal das Loch da, nur bevor da jemand reinfällt. Ja, stimmt. Du hast recht. Aber ich habe nichts... Aber doch, warte. Ich habe Holz zum zumachen. Aber die beiden anderen kommen ja nicht runter. Also Steve zumindest nicht. Und Tami muss auf Steve aufpassen, weil er kann ja nicht allein oben bleiben. Für mich ist es auch besser, wenn ich da nicht runtergehe, weil ich komme nicht wieder hoch. Ja doch, für den ganzen Holz, das du gesammelt hast, könntest du dich rein theoretisch nach oben... Ja, da hat Steve uns gesammelt. Aber Steve, ich habe ein paar Healing Potions für dich hier gerade gesammelt. Also, falls du interessiert daran bist... Oh, ein oder zwei wollen gehen. Na, stimmt. Du hast ja... Ah, hier ist eine Kiste. Glowsticks, 58, 44 Wooden Arrows, 17 Fackeln, eine Shine Potion und 27 Silber Coin. Cool. Und eine weitere Kiste für uns, Leute. Ich habe mir irgendwie in diesem Spiel noch nie selbst eine Kiste gecraftet. Och, ich schon. Ich bin zu faul, weil ich jetzt zu suche. So am Anfang hat man das noch gemacht. Ja, ja, für die erste Kiste. Als man das noch nicht wusste. Für die erste Kiste zum Scheißdreck verstauen, aber das war es dann auch schon. Oh, warte. Hier, da ist Holz. Ja, aber ich brauche noch ein bisschen Dreck für die nächsten Löcher. Achso, stimmt, ja. Deswegen mache ich jetzt neue Löcher. Oh, warte, da ist noch was. Hier ist eine... Eine Bombenstatue. Was? Woop! Ah!